Manchmal möchte man einem anderen auf schnelle, unkomplizierte Weise zustimmen oder kurze, zusätzliche Informationen zum Gesagten geben. Dazu gibt es Kurzsätze, wie zum Beispiel Geht mir genauso oder Finde ich auch nicht. Im Englischen funktioniert das auch. Da benutzt du dann die Wörter so, nor oder neither. Üben wir das mal an einer Aufgabe. Agree with the following statements using so or neither nor. Deine Aufgabe ist es, den Sätzen mithilfe von so, neither und nor zuzustimmen. Einen englischen Kurzsatz, der eine Zustimmung ausdrückt, bildest du mit so, nor, neither plus Hilfsverb plus Subjekt. Hilfsverben sind to be, to have, to can und to do. Wird der Aussagesatz bejaht, verwendest du so. Ken and his sister speak French fluently. So do we. An einen verneinten Aussagesatz wird ein Kurzsatz mit neither oder nor angeschlossen. Zum Beispiel Matt can't draw very well, neither can John. Bei diesem zweiten Beispielsatz habe ich das Hilfsverb aus dem Aussagesatz in meiner Antwort wiederverwendet. Das machst du in solchen Fällen immer so. Falls, wie im ersten Satz, kein Hilfsverb vorhanden ist, verwendest du eine Form von to do, to have, to can oder to be. Übrigens, auch wenn der Aussagesatz verneint ist, wird im Kurzsatz dennoch die bejahte Form des Verbs verwendet. Zurück zu unserer Aufgabe. Als erstes prüfst du, ob es sich um einen bejahten oder verneinten Aussagesatz handelt. Die Sätze 1 und 3 sind bejaht. An diese Sätze solltest du also Kurzsätze mit so anschließen. Im Gegensatz dazu sind die Sätze 2 und 4 verneint. Hier verwendest du neither oder nor. Als nächstes entscheidest du, welches Verb du in deinem Kurzsatz verwendest. Satz 1 enthält is. Da der Satz im Simple Present steht, wird die entsprechende Form von to be, also am, is oder are, im Kurzsatz übernommen. Der Satz 2 enthält das verneinte Hilfsverb can't. Im Kurzsatz wird daher die bejahte Form can verwendet. In Satz 3 setzt du eine Form von to do ein, da kein Hilfsverb vorhanden ist. Der Satz steht im Simple Past, also nimmst du did, das Simple Past von do. Bei viertens übernimmst du das Hilfsverb have für deinen Kurzsatz. Nun vervollständigst du die Kurzsätze mit den passenden Subjekten. Da du den Aussagen laut Aufgabenstellung zustimmen sollst, verwendest du überall das Pronomen I als Subjekt. Mit so, neither oder nor kannst du also in Gesprächen kurz und knapp zusätzliche Informationen einwerfen. Dazu verwendest du passende Hilfsverben. Hi! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf learnattack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf learnattack.de.